Hertha von Walter war eine deutsche Schauspielerin, Leben. Hertha Stern war die Tochter des späteren preußischen Generalmajors Arthur Stern und Walter von Monberry und dessen Ehefrau Clara Geb, Gabain. Ihr Vater, gebürtiger Gwiazdo, stammte aus Polen und war der Adoptivsohn von Rudolf Walter von Monberry. Ihre Mutter war ursprünglich Französin. Mit 17 Jahren verließ sie das Internat in Wolfenbüttel und besuchte mit einem Stipendium die Schauspielschule Leipzig. Nach kleineren Rollen am dortigen Theater siedelte sie nach Berlin über und erhielt ein Engagement beim Theater am Zoo, später am Renaissance-Theater. Hertha von Walter bekam bereits ab 1920 kleine Filmrollen. Im Jahr 1924 war sie eine junge Bergsteigerin in der Berg des Schicksals. In dem Klassiker Die freudlose Gasse verkörperte sie eines der Opfer des von Werner Kraus gespielten Metzgers, das ihn später tötet. Auf den Rollentyp einer eher zwielichtigen Frau festgelegt spielte sie in Fritz Langs Film Spione eine opiumsüchtige Dame. In ihm war sie eine Prostituierte. Im Jahr 1935 heiratete sie den Regisseur Paul May, auf dessen Wunsch hin sie nicht mehr auftrat. Nach der Scheidung 1936 kehrte sie wieder zum Film zurück, erhielt aber nur noch unbedeutende Rollen. Während des Zweiten Weltkriegs nahm sie Antonin zur Truppenbetreuung in Frankreich, den Niederlanden und Russland teil. Versuchen der Gestapo sie als Agentin einzusetzen, entzog sie sich im Juni 1943 durch die Flucht aus Deutschland. Sie gelangte nach Portugal und 1948 nach Brasilien. Dort lebte sie mit ihrem zweiten Ehemann, dem russischen Geologen Alexander Scherbiner, in einer abgelegenen Minenregion. An den deutschen Kammerspielen in Rio de Janeiro spielte sie auch wieder Theater. 1960 kehrte Hertha von Walter allein nach Deutschland zurück. Sie ging auf Tournee und gastierte an verschiedenen Bühnen. Auch in einigen Filmen erhielt sie noch einmal kleine Rollen, darunter in der ersten Folge des Schulmädchen-Reports Filmografie.